Wenn es aber um die Zusammenarbeit von BND und NSA geht, dann müssen die Vorwürfe, die im Raum stehen, aufgeklärt werden, keine Frage. Schwierig wird es dann, wenn eine Regierungspartei, die SPD, wieder gleichzeitig Regierung und Opposition sein will, selbst immer schriller sich an allen Verdächtigungen und Spekulationen beteiligt. Und dass die Generalsekretärin der Partei, die den Außenminister stellt, mittlerweile unverhohlen mit anti-amerikanischen Ressentiments arbeitet, das finde ich schon schwierig. Naja, Sie haben ja die Äußerungen der Generalsekretärin, wenn ich das richtig gelesen habe, als Gekläffe bezeichnet. Also da geht es ja hin und her. Haben wir eine Regierungskrise? Nein, wir haben eher eine Krise bei der SPD, würde ich sagen. Die Verzweiflung ist scheinbar so groß angesichts der Umfragewerte, dass man jetzt versucht, mit allem Möglichen um sich zu werfen. Und ich sage noch einmal, mittlerweile auch zu anti-amerikanischen Reflexen bereit ist zu greifen. Ich sage auch noch einmal, wir wollen alle die Aufklärung, die muss in den parlamentarischen Gremien auch erfolgen, da wird auch darüber gesprochen. Aber eine Regierungspartei muss in der Wortwahl, finde ich, schon aufpassen. Sie ist Regierung und nicht Opposition. Wo wir dann beim Thema Aufklärung sind. Ja, was heißt das denn jetzt für diese Selektorenliste, diese Liste mit Suchbegriffen, auch gegen den Willen der USA veröffentlichen, dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung stellen, ja oder nein? Wir sollten jetzt erst mal abwarten, wie die USA entscheiden. Sie müssen ja, so sind gefragt worden, ob die Liste veröffentlicht werden darf oder nicht. Falls Sie nein sagen, muss die Bundesregierung das am Ende entscheiden, darüber beraten. Ich denke, auch der Außenminister wird seine Sicht der Dinge da einbringen. Und dann warten wir die Entscheidung doch einfach mal ab. Herr Spahn, wir reden...